Sängerinnen übertreibe ich nicht, die machen modernen Country-Pop-Schlager, ihre Stimmen harmonieren perfekt zusammen, passt alles wie die Faust aufs Auge, sie haben sehr, sehr viele Ohrwürmer im Angebot. Guten Tag, ich bin dein Leben, ich kenne dich seit vielen Jahren. Ich glaube, das kennt jeder SWR4-Hörer, denn das läuft bei uns rauf und runter, genauso wie Seelenschwestern. Und das sind sie auch, sie sind wirklich gute Freundinnen, mussten im letzten Jahr, leider, leider, muss man sagen, ein Jahr krankheitsbedingt pausieren. Jetzt sind sie wieder da für euch, haben sogar eine neue Single mitgebracht. In voller Frauenpower begrüßen wir jetzt die tollen Sängerinnen Kim Bennett, Anne Lindh und abgekürzt heißt das so viel wie Wir sind Lindh Bennett! Haben eins! Wenn du denkst, was ich fühle, sie ist niemals schwarz, du siehst nur mund. Und brauch nichts zu sagen, weil du mir immer blind vertraust. Auch wenn das Glück unter keinem guten Stern steht, ziehen wir an einem Strang und sehen nach vorn. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Unsere Spur geht nie vorbei, wir tätowieren uns in die Herzen. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Wir sind wie zwei Kinder, als so manchen ersterkt. Doch wenn dann der Schuh drückt, unsere Probleme durchgekackt. Und wenn ich traurig bin, nimmst du mir meine Schmerzen. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Und wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Denn wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Denn wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Denn wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Denn wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Denn wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Denn wir sind Seelenschwestern und verbunden, verstanden wie zwei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017